FURAJAKU FURAJAKU spricht Leute an, die gerne ein innovatives und ein schönes Design haben. Wir sprechen Leute an, die gerne technische Produkte machen oder spezielle Entwicklungen, komplexe Sachen haben. Wir sprechen Leute an, die gerne 100% Swiss Made machen, weil alles wird in unserer Manufaktur hier produziert. Wir wollen Leute ansprechen, für die ein Band zwischen ihnen im Vordergrund steht und nicht nur ein Verliebtsein oder ein Crush. Unsere Ringseile symbolisieren, was die Leute verbindet und wie sie sich gut zusammen fühlen. Und das ist unser Ziel.